In dem heutigen Video geht es um den Vimos S2 Mini und den Vimos S2 Pico. Den habe ich leider noch nicht da, da blende ich euch mal ein Bild ein. Wie ihr diese kleinen Boards installieren könnt, das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Es handelt sich hier um einen ESP32 S2. Bleibt dran! Als erstes öffnet ihr eure Arduino IDE und wer jetzt das ESP32 Paket schon installiert hat, der kann vorspringen. In der Videobeschreibung findet ihr Sprungmarken. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, auf Datei gehen, Voreinstellungen, dann muss man diese Adresse eintragen. Und zwar hier trägt man die Adresse ein, klickt OK. Dann geht man auf Werkzeug, Bord und Bordverwalter. Hier oben in der Suchleiste drücken wir ESP32 bzw. tippen wir ESP32. Dann kommt hier dieses Paket. Das installieren wir. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und wenn das installiert ist, dann ist das Board schon da. Aber dazu gleich. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. So wie alles andere findet ihr auch in meinem Blog. Und ja, der Link ist auch in der Videobeschreibung. So, jetzt ist es fertig installiert. Wir schließen das Ganze. Und wenn wir jetzt auf Werkzeuge gehen, dann haben wir hier ESP32. Und wir brauchen dieses Board hier oben. Als nächstes wählen wir bei dem Upload-Modus den Internal USB. Und beim PS-RAM, den müssen wir auf Enabled stellen. So, dann schließen wir das Board mal an. Und wenn wir jetzt unter Werkzeuge gehen, finden wir hier einen COM9. Wie der COM-Port bei euch heißt, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Aber mit diesem Port könnt ihr jetzt an der Stelle nicht arbeiten. Ich suche mir mal den Blink-Sketch raus. Ich muss hier noch schnell die 15 draus machen. Weil bei dem Board ist die LED auf dem Pin 15. Und wenn wir das jetzt hochladen wollen, dann funktioniert das mit dem COM-Port 9 oder mit dem Standard-Port nicht. Weil das Board muss bei jedem Upload in diesen Firmware-Upgrade-Modus gebracht werden. Und das Ganze zeige ich euch gleich. So, wie gesagt, das funktioniert so nicht. Und man bringt das Board in den Upgrade-Modus, indem man den Null-Button drückt und dann den Reset-Button. Und wenn man das Piep-Geräusch gehört hat vom USB, dann lässt man den Reset wieder los. Und den Null-Button auch. Und wenn wir jetzt gucken, hat er hier schon ein COM12 mit dem entsprechenden Modul. Und jetzt kann ich den Blink-Sketch auch hochladen. Und der wird ohne Probleme funktionieren. Nach dem Upload, wenn er hier fertig ist, bringt er hier zwar, naja, mehr oder weniger ein Error. Aber ihr müsst das Board einfach nur neu starten oder Reset drücken. Und dann war's das. Als nächstes will ich euch noch zeigen, wie ihr Micro-Python wieder auf dem Board installieren könnt. Das ist nämlich standardmäßig installiert. Und dazu brauchen wir erstmal Micro-Python. Um Micro-Python wieder auf dem Wemos S2 Mini zu installieren, müsst ihr euch erstmal das Python runterladen. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich habe das schon gemacht. Jetzt installieren wir das Ganze. Machen wir unten den Haken noch rein. Wenn ihr das installiert habt, dann gibt es nur noch ein, zwei Schritte. Und dann können wir schon loslegen. Wir öffnen die Eingabeaufforderung. Wichtig ist, ihr braucht die Bindatei für das Micro-Python. Die findet ihr auf der Wemos Seite. Diese ladet ihr euch runter. Packt sie in das Verzeichnis, was hier jetzt angezeigt wird. Und dann machen wir jetzt mit den Befehlen weiter. Wir installieren erstmal das ESP-Tool. Okay, das ist bei mir schon installiert. Als nächstes löschen wir den Speicher. Bevor wir das machen, müssen wir aber das Board wieder in den Upgrade-Modus bringen. Also die 0-Taste drücken, Reset-Taste drücken, loslassen und die B0-Taste wieder loslassen. Und dann können wir das Board löschen, oder den Speicher löschen. Das dauert einen kleinen Moment. So, erledigt. Jetzt holen wir uns hier den Befehl. Und damit spielen wir jetzt das Board mit dem Micro-Python. Und wenn das durchgelaufen ist, dann ist das Board wieder im Werkszustand. Ab Werk wird es mit Micro-Python ausgeliefert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr in meinem Shop vorbeischaut. Macht's gut!